Hallo und Moin Moin zu einer weiteren Lesung der deutschen Zusammenfassung von Herrscher des Bösen, Rulers of Evil. Ich habe mich heute eingefunden um Kapitel 9, das ich gestern oder vor ein paar Tagen, wie ihr wahrscheinlich das Video seht, das wird mit ein bisschen Abstand hochgeladen wohl, gelesen habe. Wobei ich vorher schon befürchtet habe, wenn ich so tief in die Erklärung von Miranda Prorsus und Inter Mirifica gehe, dass das zu lange dauern wird und deswegen habe ich beschlossen, da zwei Teile von zu machen. Jeden, der dieses Video anschaut, muss ich erstmal davon auf die Kenntnis setzen, falls er es nicht gesehen hat, sich den ersten Teil hiervon anzugucken. Also das ist das vierte Video der Zusammenfassung der Lesung von Herrscher des Bösen. Weil ohne die Erklärung, die ich da drin abgebe, wird man vielleicht Probleme haben, das hier ein bisschen jetzt zu verstehen. Und ich hoffe, dass ihr euch also das Video von hier vor anschaut. Und werde gleich weitermachen in der Lesung von Miranda Prorsus und dahinter Inter Mirifica. Und dann wird euch auch ganz deutlich werden, wozu das eigentlich hinführt. Weil es gibt da einen ganz bestimmten Satz in dem zweiten Papier, Inter Mirifica, das ich lesen werde, der erklärt, warum diese ganze Lesung überhaupt so wichtig ist. Und auch wenn das natürlich an der ersten Stelle nicht so viel mit dem Buch Herrscher des Bösen zu tun hat, ist es doch wichtig, das hier einzubauen. Weil schließlich erwähnt Tapas Horsi das Papier Miranda Prorsus und damit eben auch Inter Mirifica, das daran gelingt ist. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, eben das zu verstehen. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch den Teil 4 Herrscher des Bösen erst an, bevor ihr dieses seht. Weil ich werde hier natürlich nicht wieder ins Detail erklären, wie die Lesung dieses Vatikanischen Papieres, das ich vorlese, oder der zwei Vatikanischen Papiere, die ich vorlese, zu verstehen sind. Ich kann mich ja nicht ständig wiederholen damit. Ich gehe davon aus, dass ihr euch das vorher angeguckt habt, den Teil, und dass ihr mit dem Verstand, den ich versucht habe, euch damit zu geben, wie man dieses Papier lesen und vor allen Dingen verstehen muss, mit der Kasuistik und Sophistik, die ich erklärt habe, dass ihr dann, aufgrund dessen, dass ihr den Teil auch gesehen habt, eben auch diesen Teil besser verstehen werdet. Bevor ich jetzt aber direkt zurückkehre in das Papier Miranda Prausos, will ich noch einmal eben kurz abschweifen, weil ihr erinnert euch ja, ich habe in dem ersten Teil ja gelesen über das Entstehen des Buches von Hitlers Mein Kampf. Und habe dabei auch gesagt, dass es, glaube ich, habe ich das kurz erwähnt, wie die römisch-katholische Kirche Hitler im Grunde verehrt hat und dass sich das geäußert hat in einer Veröffentlichung, die Franco, der Diktator von Spanien, nach dem Tod Arlof Hitlers offiziell veröffentlicht hat. Da habe ich mir natürlich in der Zwischenzeit die Mühe gemacht, das mal kurz rauszusuchen. Und das ist in einem Buch, das ich übrigens auch mir vorgenommen habe, auf meinem Kanal mal zu lesen. Wenn ich natürlich fertig bin mit Babylon Mystery, äh, mit, äh, von Babylon nach Rom, von Alexander Hislop, wo ich ja noch ein paar Sachen zu lesen habe, bin ich ja erst im dritten Kapitel. Aber so seht ihr halt, wie man sich vornimmt, die anderen Dinge zu lesen. Und das Buch ist die verborgene Geschichte der Jesuiten, ein Buch von Edmond Paris, geschrieben in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und auf Seite 127 lesen wir, Zitat, Schauen wir aber zunächst, wie die besonders autorisierte, zwischen Anführungsstrichen, mit dem Christusorden ausgezeichnete Persönlichkeit Franco die gemeinsame Sache zwischen Vatikan und Nazis unmissverständlich bestätigte. Die gemeinsame Sache zwischen Vatikan und Nazis. Die haben zusammengearbeitet. Jeder, der das bezweifelt, der muss halt ein bisschen mehr richtige Geschichte studieren oder meinen Lesungen folgen, um das zu verstehen. Reform, das ist eine französische Zeitschrift zufolge, hatte die Presse des spanischen Diktators Franco am 3. Mai 1945, dem Todestag Hitlers, dem sogenannten Todestag, weil wie ich ja bereits erwähnt hatte, Hitler ist nach Südamerika über die Vatikanischen Rattenlinien geflüchtet, das folgende veröffentlicht. Zitat Der Sohn der katholischen Kirche, Adolf Hitler, starb in der Verteidigung des Christentums, also, lese bitte, in der Verteidigung des römischen Katholizismus. Das hat ja, wie wir inzwischen doch, hoffe ich, gelernt haben, mit dem Christentum der Bibel, mit dem Folgen Jesus Christus, nichts zu tun. Der Sohn der katholischen Kirche, Adolf Hitler, starb in der Verteidigung des, zwischen Anführungsstrichen, Christentums. Ende Zitat Diese Grabrede des Naziführers, eine Herausforderung für die siegreichen Alliierten, wird unter dem Deckmantel von Frankos Presse, vom heiligen Stuhl, höchst selbst ausgesprochen. Es ist eine vom Vatikan via Madrid erhaltene amtliche Pressemitteilung und das kann jeder nachforschen. Natürlich ging es mir erstens um dieses wichtige Zitat, aber ich lese noch kurz weiter in dem Buch, dass ihr versteht, wie Adolf Hitler wirklich ein Katholik war, durch und durch. Und damit nur das gemacht hat, was der Vatikan ihm befohlen hat. Und übrigens genauso sind unsere Politiker heute. Also, wir fahren fort, eben in dem Buch auf Seite 127 von Edmond Paris. Natürlich hatte dieser nunmehr fehlende Held die Dankbarkeit der römisch-katholischen Kirche mehr als verdient. Und sie versucht es auch nicht zu verbergen. Er diente ihr in Treue. Alle jene, die ihm besagte Kirche als ihre Gegner herausstellte, bekamen die Konsequenzen zu spüren. Und dieser gute, zwischen Anführungszeichen, Sohn scheute sich nicht zuzugeben, was er seiner heiligsten Mutter, nämlich der katholischen Himmelsgöttin, Queen of Heaven, und vor allem den sich zu ihren Weltsoldaten gemacht habenden schuldete. Zitat von Hitler Vor allem habe ich von den Jesuiten gelernt. Die Welt hat niemals etwas annähernd so Großartiges gesehen, wie die hierarchische Struktur der römisch-katholischen Kirche. Es gibt da so einige Dinge, die ich den Jesuiten für ihre Partei abgeschaut habe. Ich will Ihnen ein Geheimnis sagen. Ich gründe einen Orden. In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Aber es gibt noch Gnade, äh, noch Grade, von denen ich nicht sprechen darf. Ende Zitat Ein weiterer hoher Hitler-Funktionär, Walter Schellenberg, früherer Chef der deutschen Spionageabwehr, hat nach dem Kriege diese Vertraulichkeit des Führers vervollständigt. Zitat So wurde die SS-Organisation von ihm nach den Grundsätzen des Jesuiten-Ordens aufgebaut. Nach den Grundsätzen des Jesuiten-Ordens. Da ist hauptsächlich drin, bitte zu verstehen, auch diese spirituellen Übungen von Ignatius Loyola. Weiter geht das Zitat Als Grundlagen dienten die Dienstordnung und die Exerzitien des Ignatius von Loyola. Ja, wie ich gerade gesagt habe. Das oberste Gesetz war das des absoluten Gehorsams, Perende ad Kadaver, Kadavergehorsam, die Ausführung eines jeden Befehls ohne Widerspruch. Heinrich Himmler selbst, als Reichsführer SS, war der Ordensgeneral. Der Aufbau der Führerschaft lehnte sich an die hierarchische Ordnung der römisch-katholischen Kirche an. Bei Paderborn in Westfalen hatte er eine mittelalterliche Burg, die sogenannte Wewelsburg, ausbauen lassen. Sie war sozusagen das große SS-Kloster, wohin der Ordensgeneral einmal jährlich das Geheinkonsortium einberief. Ende Zitat Wer immer meinte, dass er noch nicht genug über das deutsche Dritte Reich gelernt hat, der kann hier mal wirklich über das deutsche Dritte Reich lernen und sehen, wie das im Grunde nichts anderes war, als das, was heute in der Welt passiert mit den USA. Im Grunde war Deutschland damals dafür auserwählt worden, um die Welt zu erobern für den Vatikan. Das ist genau dasselbe, was die Vereinigten Staaten von Amerika im Moment tun. Nur ein paar Jahre später. Und deswegen haben sie ja auch, wie ich bereits im ersten Teil erwähnt habe, so viele deutsche Kriegsverbrecher via Operation Paperclip und über die Vatikanischen Rattenlinien, nach Südamerika und in die Vereinigten Staaten von Amerika geschafft. Also dieser kleine Ausflug erschien mir doch eben wichtig, um darin zu lesen. Und jetzt fahre ich fort in der Lesung von Miranda Prorsos, die ich gestern im Teil 4 angefangen habe. Und wo wir jetzt weiterhin lesen, wie die römische Kirche meint, die Medien, Film, Rundfunk, Fernsehen, Presse und natürlich alle damals noch nicht existierenden Medien, wie das Internet, die alternativen Medien und die sozialen Netzwerke, die es heute alle gibt, zu kontrollieren. Und warum sie meint, das Recht dafür zu haben, das wird jetzt in dem zweiten Teil dieser Lesung erklärt. Und wie ich gestern bereits sagte, ich fange nochmal an mit dem Abschnitt in Miranda Prorsos, Erzeuger und Regisseur. Also, welche Rolle diese Leute in der Kontrolle der ganzen Sache spielen. Also in dem Papier lesen wir weiter, Erzeuger und Regisseur. Der größte Teil der Verantwortung aber, obwohl auf verschiedener Ebene, fällt auf die Erzeuger und Regisseure. Jedoch steht das Bewusstsein um diese Verantwortung ihrem edlen Tun nicht im Wege, sondern ist eher dazu angetan, Menschen guten Willens, die über das notwendige Kapital und das erforderliche Talent zur Herstellung von Filmen verfügen, Mut zu machen. Und hier habe ich dann ja gestern diesen Teil von Science of the Times gelesen und habe das im Stegreif aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Ich hoffe, dass es gut angekommen. Ich habe das in Englisch gelesen und euch in Deutsch im Grunde direkt übersetzt. Aber ich denke, es war ziemlich interessant zu lesen über die Gründung von 20th Century Fox, die in der Zeit wichtigste amerikanische Filmgesellschaft und die größte amerikanische Filmgesellschaft, auf der dann Hollywood im Grunde später richtig aufgebaut hat. Jetzt gehen wir zu dem nächsten Abschnitt in Miranda Prosos, der heißt Pflichten des Hörers. Die katholischen nationalen Rundfunkstellen sollen, unterstützt von den katholischen Zeitungen und Zeitschriften, die Gläubigen über Art und Wert der Sendungen unterrichten. Diese beurteilende Vorschau wird nicht überall möglich sein und sich häufig auf einen Hinweis beschränken müssen, der den Charakter mancher dieser Sendungen schwer erkennen lässt. Ja, dass die römisch-katholische Kirche alles schwer erkennen lässt, was sie wirklich meint, erkennt man an der Kasuistik und Sophistik, mit der sie schreibt. Die Pflicht der Bischöfe ist es außerdem, vor Sendern zu warnen, von denen bekannt ist, dass sie dem christlichen, also bitteschön, dem römisch-katholischen Glauben widersprechende Grundsätze vertreten. Wenn man hier das Wort christlich nicht mit römisch-katholisch ersetzt, dann macht das keinen Sinn. Wenn man aber weiß, dass römischer Katholizismus nicht der wirkliche christliche Glaube ist, dann versteht man, warum alle die Dinge predigen, die in der Bibel stehen und die den wirklichen christlichen Glauben vertreten, eben widersprechende Grundsätze sind zu dem, was der römische Katholizismus vertritt. Und dann versteht man auch die Verfolgung der wirklichen Christen, die mit dem Tage schwerer und schwerer wird. Die Pflicht der Bischöfe ist es außerdem, vor Sendern zu warnen, also Leute wie ich zum Beispiel, von denen bekannt ist, dass sie dem römisch-katholischen Glauben widersprechende Grundsätze vertreten. So lese ich das, anstatt das Wort christlich. Dies zu erreichen, fährt der Vatikan fort, ist die Aufgabe aller katholischen Verbände, deren Bemühen es sein muss, für die Belange der Gläubigen auf diesem Gebiet wirksam einzutreten. Nun wird im folgenden Abschnitt eingegangen auf Sonderprobleme des Fernsehens. Das Fernsehen hat aber außerdem, was ihm mit den beiden von uns bereits behandelten Aussagemitteln gemeinsam ist, auch noch seine eigene Kraft und Wirksamkeit. Es erreicht, dass die Zuschauerereignisse, die sich in weiter Entfernung abspielen, im Augenblick ihres Geschehens hören und sehen und so unter ihren Bann geraten, wie wenn sie persönlich zugegen wären und das Gefühl der unmittelbaren Nähe wird durch die häusliche Atmosphäre noch verstärkt. Das wurde geschrieben 1957 und jetzt erinnert euch doch mal, wie ihr 2001 am 9. September die Anschläge im Fernsehen alle habt verfolgen können. Seht ihr, was die römisch-katholische Kirche mit dem Fernsehen hier macht? Im Augenblick ihres Geschehens und so unter ihren Bann geraten. Man wird gebannt am Fernseher. Und man nimmt das alles, weil man es dann auch noch live sehen kann, als Wirklichkeit. Ob sie da jetzt wirkliche Live-Bilder zeigen oder irgendwas Eingebautes oder irgendwie Manipuliertes, das kann man als normaler, zwischen Anführungsstrichen Mensch, ja im Grunde gar nicht erkennen. Aber man kann es wissen, dass man eben nicht alles glauben kann, auch wenn es so gesagt live aus dem Fernseher kommt, wenn man diese kleine Bemerkung in Miranda Prosos liest und versteht. Dass man so unter ihren Bann gerät. Diese besondere Anziehungskraft, die das Fernsehen für das Heiligtum der Familie besitzt, ich muss hier schon wieder abschweifen, tut mir leid, die das Fernsehen für das Heiligtum der Familie besitzt, Anton LaVey, der Vorsitzende der Kirche Satans, hat eine Aussage gemacht, die genau das, was hier geschrieben ist, bestätigt. Da gehe ich aber nicht jetzt drauf ein, weil das werde ich später in diesem Kapitel vorlesen, was Anton LaVey dazu zu sagen hat. Also, die besondere Anziehungskraft, die das Fernsehen für das Heiligtum der Familie besitzt, ist sicher hoch in Rechnung zu stellen, da sie viel beiträgt zum religiösen Leben, zu Bildung und guter Sitte. Der Familienmitglieder, besonders der Kinder, auf die der Zauber, hallo, der Zauber dieser neuen Erfindung zweifellos seine Wirkung haben und behalten wird. Und was machen wir als Eltern heute? Setzen unsere Kinder, die zwei, drei, vier Jahre alt sind, vor den Fernseher, um sie verzaubern zu lassen. Genau das, was die römisch-katholische Kirche hiermit beabsichtigt. Väterlich laden wir darum für Kultur, fährt der Artikel fort. Wissenschaft und Kunst zuständige Katholiken, besonders den Welt- und Ordensklerus ein, der neuen Erfindung ihre Aufmerksamkeit und Mitarbeit zu schenken, damit die Güter, welche die vergangenen Zeiten und der wahre Fortschritt zur Kultur der Seele beigesteuert haben, dem Fernsehen zu Nutz und Frommen gereichen, was auch immer die römisch-katholische Kirche, die antichristlich ist, unter Frommen versteht und Kultur der Seele versteht. Es wäre ein Irrtum zu glauben, die guten Vorsätze und die rechte Berufsauffassung der Fachleute für Fernsehen genügten, um all das Gute herauszuholen, das aus der kleinen weißen Scheibe dieses technischen Wunderwerks erfließen kann und jedwede Gefahr zu bannen. Darum ist hierin die umsichtige Kontrolle der Benutzer des Fernsehgeräts unbedingt erfordert. Das ist das Ende von Miranda Pronsus und ich glaube, dieser letzte Satz, den sollte man mal wirklich gut einsinken lassen. Darum ist hierin die umsichtige Kontrolle der Benutzer des Fernsehgeräts unbedingt erfordert. Und wie kann man bitte schön die Fernsehbenutzer kontrollieren? Heute gibt es doch schon Fernseher, die mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet sind, die wir nicht sehen, uns kontrollieren, die genau kontrollieren, was wir schauen, wann wir es schauen, wie lange wir es schauen und die wahrscheinlich sogar wissen aufgrund der Gedankeneinstellung der Leute, warum wir das schauen. Diese Kontrolle der Benutzer ist unbedingt erfordert, schließt die römisch-katholische Kirche mit Miranda Pronsus hier ab. Und je weiter der sogenannte technische Fortschritt vorschreitet, desto mehr ist diese Kontrolle der Benutzer des Fernsehgerätes vorgedrungen. Und desto mehr werden wir kontrolliert. Also, und weitere Auszüge aus dem Dekret Intermirifica, welche ich jetzt jedoch kürzer halte, dass wir halt auch zum Abschluss kommen in diesem Video. Ein eigenes Studium beider Papiere zum vollständigen Verständnis rate ich dringendst an und deswegen verlinke ich ja auch Miranda Pronsus und Intermirifica, die Links zur vatikanischen Webseite, in der Beschreibungsbox dieses Videos. Ich halte also jeden an, seine eigenen Nachforschungen damit zu machen. Intermirifica entstand zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils unter der Herrschaft von Papst Paul VI. Wir hatten ja jetzt gerade eben von Miranda Pronsus gelesen, 1957, und das war noch unter dem sogenannten Pontifikat von Papst Pius XII. Eugenio Pacelli, der ab 1917 der Nunzio, das heißt der höchste vatikanische Vertreter in Deutschland war, seit 1917. Und der hat das Papier 1957 geschrieben, als er dann zum Papst aufgestiegen war, Anfang der 40er Jahre oder Ende der 30er Jahre, nachdem er Papst Pius XI. abgelöst hat. Hitler's Papst heißt er nicht umsonst. Gut, Intermirifica beginnt mit einem Vorwort. Erstens. Unter den erstaunlichen Erfindungen der Technik, welche die menschliche Geisteskraft gerade in unserer Zeit mit Gottes Hilfe aus der Schöpfung entwickelt hat, richtet sich die besondere Aufmerksamkeit der römisch-katholischen Kirche auf jene, die sich unmittelbar an den Menschen selbst wenden und neue Wege erschlossen haben, um Nachrichten jeder Art Gedanken und Weisungen leicht mitzuteilen. Unter ihnen treten vor allem jene Mittel hervor, die in ihrer Eigenart nicht nur den einzelnen Menschen, sondern die Masse und die ganze menschliche Gesellschaft erreichen und beeinflussen können. Die Presse, der Film, der Rundfunk, das Fernsehen und andere gleiche Art. Also fügt dahin zu, das Internet und die sozialen Netzwerke, die wir heute kennen. Man nennt sie darum zu Recht soziale Kommunikationsmittel. Man muss sich diesen Satz doch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Unter ihnen treten vor allem jene Mittel hervor, die in ihrer Eigenart nicht nur den einzelnen Menschen, sondern die Masse und die ganze menschliche Gesellschaft erreichen und beeinflussen können. Beeinflussung, Indoktrination, Meinungsformung, Public Relations, Propaganda, da geht es hier drum. Punkt 2. Der römisch-katholischen Kirche ist sehr wohl bekannt, dass die sozialen Kommunikationsmittel bei rechtem Gebrauch und der rechte Gebrauch ist natürlich definiert von der römisch-katholischen Kirche, den Menschen wirksame Hilfe bieten, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Erholung und Bildung des Geistes. Sie dienen ebenso auch der Ausbreitung und Festigung des Gottesreiches, des Gottesreiches des Antichristen, sei hier bitteschön beibemerkt. Die römisch-katholische Kirche weiß ebenfalls, dass die Menschen diese technischen Erfindungen gegen Gottes Schöpfungsplan und zu ihrem eigenen Schaden missbrauchen können. Die Sorge einer Mutter erfüllt sie wegen des Unheils, das durch deren Missbrauch häufig der menschlichen Gesellschaft erwachsen ist. Das Konzil hält es darum für seine Pflicht, die wache Sorge der Päpste und Bischöfe in dieser wichtigen Sache aufzunehmen und die vordringlichen Fragen zu behandeln, die mit den sozialen Kommunikationsmitteln zusammenhängen. Es hofft zudem, dass seine hier vorgelegte Lehre und Weisung nicht allein dem Heil der Gläubigen, sondern auch dem Fortschritt der ganzen menschlichen Gesellschaft dienen werde. Da muss ich eben zu anmerken, dass es eben im Grunde egal ist, ob man jetzt gläubig im Sinne der römisch-katholischen Kirche ist oder nicht, weil sie eben durch ihre Schattenregierung dafür sorgt, dass wir alle katholisch erzogen werden, durch das zivile Gesetz, durch das temporale Gesetz, durch unsere Regierungen, die römisch-kanonisches Recht zupassen. Und wenn ich unter römisch-katholischem Recht aufwachse, dann bin ich römisch-katholisch. Auch glaube ich vielleicht gar nicht die spirituellen Dinge, die die Kirche mir lehren will, sondern sage von, ich bin kein Katholik, aber ich lehne in dieser Welt. Ich gehe auf eine Schule, die römisch-katholisch gesteuert ist. Ich gehe auf eine Universität, die römisch-katholisch gesteuert ist. Und mache über das säkuläre Leben im Grunde den Übergang zum Katholizismus, ohne mir davon bewusst zu sein. Jetzt gehen wir auf das erste Kapitel. Und jetzt passt bitte auf, weil da kommt im zweiten Abschnitt der Satz, weshalb ich diese ganze wichtige Ausführung überhaupt mache. Unter Punkt 3 im ersten Kapitel lesen wir. Die katholische Kirche ist von Christus, dem Herrn, gegründet. Und wir wissen ja, dass das eine Lüge ist. Also da gehe ich jetzt bitte schön nicht weiter drauf ein. Das müsst ihr selbst, doch denke ich rausverstehen aus meiner Lesung her, um allen Menschen das Heil zu bringen und darum der Verkündigung des Evangeliums unbedingt verpflichtet. Deshalb hält sie, die römisch-katholische Kirche, es für ihre Pflicht, die Heilsbotschaft auch mit Hilfe der sozialen Kommunikationsmittel zu verkündigen und Grundsätze über deren richtige Anwendung aufzustellen. Und jetzt kommt's. Die Kirche hat also ein ursprüngliches Recht darauf, jedes dieser sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen, soweit es für die römisch-katholische Erziehung und ihr Wirken am Heil der Seelen notwendig und nützlich ist. Zum Auftrag der Oberhirten gehört es, die Gläubigen zu lehren und zu leiten, damit sie das Heil und die Vollendung für sich und die ganze Menschheitsfamilie auch mit Hilfe dieser Mittel erstreben. Jetzt gehe ich noch mal kurz zurück auf den Satz mit dem ursprünglichen Recht. Was so wichtig ist, ist, dass man jetzt vielleicht mal den original englischen Text liest, weil da steht, Es geht hier um den Ausdruck ein Inherent Right, das man im Grunde auch anders ausdrücken kann. Inherent Right kann man auch ausdrücken als das Geburtsrecht, im Deutschen halt übersetzt als ein ursprüngliches Recht. Die Kirche hat also ein Geburtsrecht, ein ursprüngliches Recht darauf, jedes dieser sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen, soweit es für die christliche, also römisch-katholische Erziehung und ihr Wirken am Heile der Seelen notwendig und nützlich ist. Wenn die römisch-katholische Kirche hier behauptet, sie hätte das ursprüngliche Recht darauf, diese sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen, dann ist hier doch für jeden, denke ich, der zwei Gehirnzellen hat, deutlich, dass alle diese sozialen Kommunikationsmittel eben in dem Besitz der römisch-katholischen Kirche sind. Wie wir ja bereits im ersten Teil gelesen haben, dass 20th Century Fox gegründet wurde aufgrund eines Darlehens, das verliehen wurde von der Bank of America, das im Grunde die Bank of Italy war, die von den Jesuiten und dem Vatikan Eigentum war. Und wenn die Banken, die das Darlehen geben, Eigentum sind der römisch-katholischen Kirche, dann haben sie ja wohl auch die Kontrolle über diese Mittel, oder? Ich muss da doch jetzt nicht wirklich noch tief reingehen, um das verständlich zu machen. Also jeder, der glaubt von wegen, dass die Juden Hollywood besitzen, dass die Juden die Medien besitzen, ja will ich ja gar nicht abstreiten, dass die als Vorfigur da sind. Man denkt ja zum Beispiel an die Nachrichtenagentur Reuters, die von den Rothschilds ist. Aber wir haben ja schon bereits besprochen, und wenn nicht, werden wir das sicher in Kapitel 17 von Rulers of Evil in Herrscher des Bösen sehen, dass die eben in der ersten Stelle vatikanische Ritterorden Mitglieder sind. Dann können sie tausendmal Juden sein, sie folgen der Agenda der römisch-katholischen Kirche. Und die römisch-katholische Kirche sagt, sie hat ein ursprüngliches, sie hat ein Geburtsrecht darauf, jedes dieser sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen. Ich hoffe, dass dieser Satz wirklich gut verstanden wird. Ich fahre jetzt trotzdem noch mal fort im weiteren Lesen von Inter Mirifica. Es gibt da noch ein paar Dinge, die interessant sind zu hören. Also, im zweiten Kapitel fährt der Artikel fort. Alle Glieder der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, sollen einmütig und planmäßig daran gehen, ohne Aufschub und mit größtem Eifer die sozialen Kommunikationsmittel in den vielfältigen Arbeiten des Apostolates, wie es Zeit und Umstände erfordern, zu benutzen und schädlichen Unternehmungen zuvor zu kommen, besonders in den Gegenden, wo sittlicher oder religiöser Fortschritt erhöhte Anstrengungen erfordert. Insbesondere sollen die Laien eine technische, theoretische und charakterliche Ausbildung erhalten. Jetzt kommt's. Die Zahlen der Schulen, Fakultäten und Institute, auf denen Journalisten, Autoren für Film, Rundfunk und Fernsehen sowie andere interessierte Personen eine umfassende Ausbildung erhalten können, ist zu vermehren. Eine solche Ausbildung soll von christlichem, sprich römisch-katholischem Geist geprägt sein und insbesondere die Soziallehre der römisch-katholischen Kirche berücksichtigen. Die Schauspieler sollen Anregung und Hilfe erhalten, um in ihrer Kunst der menschlichen Gesellschaft in rechter Weise zu dienen. Sorgfältig auszubilden sind, sind ferner Kritiker. Hört ihr das? Das nennt man das Kontrollieren beider Seiten. Einerseits diejenigen, die Film, Rundfunk und Fernsehen die Programme, Filme und Dinge erschaffen und auf anderer Seite eben auch die Kritiker zu kontrollieren. Die Schauspieler sollen Anregung und Hilfe erhalten, um in ihrer Kunst der menschlichen Gesellschaft in rechter Weise zu dienen und sorgfältig auszubilden, sind ferner Kritiker für Literatur, Kritiker für Film, Kritiker für Rundfunk und Fernsehen und andere, also eben die zukünftigen damals Gebiete, die wir heute kennen. Sie sollen ihr Sachgebiet wirklich beherrschen. Desgleichen sollen sie befähigt und angeregt werden, in ihren Kritiken stets die sittlichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Die sittlichen Gesichtspunkte der römisch-katholischen Kirche, muss man hier verstehen. Der rechte Gebrauch der sozialen Kommunikationsmittel, die sich ja an Menschen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Bildung wenden, setzt bei diesen eine eigene Schulung und Übungen voraus. Darum sind geeignete Einrichtungen, insbesondere für Jugendliche, in den katholischen Schulen und Hochschulen aller Arten, in Bildungsstätten und Organisationen des Laienapostolats zu unterstützen, zu vermehren und nach römisch-katholischen Grundsätzen zu leiten. Um hier schneller voranzukommen, sollen diese Fragen sowohl im Grundsätzlichen wie in ihrer praktischen Handhabung auch im Religionsunterricht behandelt und erläutert werden. Haben wir schon mal jemals gehört von Trennung von Staat und Kirche? Zur Erfüllung seiner obersten Hirtenpflicht, fährt der Artikel fort, auf dem Gebiet der sozialen Kommunikationsmittel steht dem Papst eine eigene Stelle beim apostolischen Stuhl zur Verfügung. Ein wirksames Apostolat für ein ganzes Land verlangt Einheitlichkeit in der Planung und im Einsatz der Kräfte. Darum bestimmt und ordnet das Konzil an, das in den einzelnen Ländern eigene Stellen für Presse, Film, Rundfunk und Fernsehen errichtet und mit allen Mitteln unterstützt werden. Und ihr regt euch in Deutschland darüber auf, dass ihr GEZ-Gebühren bezahlen müsst? Es ist die Stelle der GEZ selber, aus der der ganze Abfall kommt. Das muss man sich hier verdeutlichen. Das steht hier in Punkt 21 ja wohl deutlich genug bestätigt. Darum bestimmt und ordnet das Konzil an, das in den einzelnen Ländern eigene Stellen für Presse, Film, Rundfunk und Fernsehen errichtet und mit allen Mitteln unterstützt werden. Ja, alle Mittel, die ich zum Beispiel in Deutschland mit den GEZ-Gebühren den Leuten aus der Tasche ziehen kann. Aufgabe dieser nationalen Stellen ist vor allem die Sorge um die Gewissensbildung der Gläubigen beim Gebrauch der sozialen Kommunikationsmittel. Ferner sollen sie das unterstützen und ordnen, was in diesem Bereich von Katholiken unternommen wird. In jeder Nation soll die Leitung dieser Stellen einer eigenen Bischofskommission oder einem beauftragten Bischof anvertraut werden. In den genannten Stellen sollen auch Laien vertreten sein, die in der katholischen Lehre und in diesen Sachgebieten erfahren sind. Also mit anderen Worten, entweder nehme ich direkt Kleriker, Priester, Bischöfe, was auch immer, oder ich nehme mir die sogenannten Laien, die aus der Welt kommen und die natürlich auch alle, oftmals ohne es überhaupt zu begreifen, wie ich ja vorher schon angeführt habe, römisch-katholisch erzogen sind, dadurch, dass sie eben das römisch-katholische Schulsystem durchlaufen haben und von daher in dieser Lehre und den Sachgebieten erfahren sind. Wir kommen zum Schluss. Was in diesem Dekret im Gesamten und im Einzelnen ausgesprochen ist, hat die Zustimmung der Väter gefunden. Welcher Väter? Es gibt nur einen Vater und der ist im Himmel. Und wir, Kraft der von Christus uns übertragenen apostolischen Vollmacht, billigen, beschließen und verordnen es zusammen mit den ehrwürdigen Vätern im Heiligen Geiste und gebieten zur Ehre Gottes die Veröffentlichung dessen, was so durch das Konzil verordnet ist. Aber nicht des Gottes der Bibel, sondern dem Gott von dieser Welt, Satan. Rom bei St. Peter am 4. Dezember 1963. Ich, Paulus, Bischof der katholischen Kirche. Das war jetzt also die Lesung von Miranda Prorsus und Inter Mirifica. Jetzt gehe ich noch mal auf die Lesung in Herrscher des Bösen zurück, um das zum Abschluss zu bringen und werde eine kurze, kleine Zusammenfassung davon bringen. Im Jahre 1964, so steht es also in Herrscher des Bösen geschrieben, verkündete Papst Paul VI. Miranda Prorsus mit dem Dekret Inter Mirifica, das steht für Deutsch inmitten der Wunder, der Wunder, der Wunder dieser neuen Kommunikationsmittel. Indem er sagte, Zitat, es ist das Geburtsrecht, das Urheberrecht der Kirche, die Presse, das Kino, das Radio, das Fernsehen und ähnliche Dinge zu benutzen und zu besitzen. Zitat Ende. Papst Paul VI. verkündete eine besondere Verantwortlichkeit für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Mittel sozialer Kommunikation, die sich auf Journalisten, Autoren, Schauspieler, Designer, Produzenten, Aussteller, Vertriebspersonen, ausführende Arbeiter, Verkäufer und Kritiker beziehe. Kurz gesagt, all jene, die an jeglicher Form der Kommunikationsübertragung in irgendeiner Weise beteiligt sind. Diese haben die Macht, die Menschheit durch die Informationen, die sie vermitteln, entlang eines guten oder eines bösen Pfades zu führen, durch den Druck, den sie damit ausüben. Es wird ihre Aufgabe sein, die wirtschaftlichen, politischen und künstlerischen Werte auf eine Art und Weise zu vermitteln, die nicht mit dem Allgemeinwohl in Konflikt gerät. Ende Zitat. Mit anderen Worten, und das ist jetzt mein Kommentar, auf eine Art und Weise zu vermitteln, die die Ziele der römisch-katholischen Kirche verfolgen, die Kirche des biblischen, historischen und prophetischen Antichristen. Nun, im Buch Herrscher des Bösen fahren wir fort. Wie werden die Lehrpläne der Schulen über die Jahre angepasst? Im Jahr 1914 gab es in 90% aller amerikanischen Elite-Colleges verpflichtende Geschichtskurse. In 1939 und 1964 waren es noch 50%. In 1996, der Zeit, wo Tapper Sorsi das Buch abgeschlossen hat, war es nur noch eine von den 50 besten Schulen, die einen Pflichtkursus im Fach Geschichte anboten. Es kommt vielleicht der Tag, kommt Tapper Sorsi zu dem Schluss, an dem lediglich noch Amateure es sein werden, die Geschichte als Selbsthilfe studieren und die Vergangenheit untersuchen, um die Gegenwart zu verstehen, die nicht unvorbereitet von der Zukunft erwischt werden. Auch hier muss ich eben mal kommentieren, um es euch nach meiner Art und Weise denke ich doch verständlich zu machen. Schaut, zwischen dem Jahr 1914, wo es in 90% der amerikanischen Elite Colleges verpflichtende Geschichtskurse gab, dem Jahr 1939 und 1964, wo es nur noch 50% waren, liegen jeweils 25 Jahre. 1914 bis 1939 und 39 bis 64. 25 Jahre. Warum ist das so wichtig, um da mal eben kurz bei zu verstehen, worum es dabei geht? weil 25 Jahre eine Menschengeneration sind. Das heißt, zwischen 1914, wo es in 90% gelehrt wurde und 1939 und 64, wo es nur noch in 50% gelehrt wurde, hat also die nächste heranwachsende Generation fast 50% der Schulen verloren, in denen verpflichtende Geschichtskurse gelehrt wurden. Das heißt, von Generation zu Generation zu Generation wird weniger und weniger und weniger Geschichte gelehrt. Abgesehen davon, dass die Geschichte, die gelehrt wird, ja auch immer die Geschichte ist, die gelehrt werden soll. Und es gibt ja genügend andere Beispiele dafür, wie die römisch-katholische Kirche zum Beispiel ihre eigene Enzyklopädie auch im Laufe der Jahre immer wieder verändert und Dinge, die in einer katholischen Enzyklopädie, zum Beispiel von 1909 bis 1911, also das ist die 1911, aber die wurde 1909 im Grunde erstellt, bis sie dann 1911 ganz veröffentlicht wurde, die in der Enzyklopädie stehen, die findet man in den heutigen moderneren Enzyklopädien nicht mehr. Und das ist auch eine Sache, die in dem Buch Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, später angeführt wird. Also es geht nicht nur darum, dass sowieso weniger Geschichte gelehrt wird von Generation zu Generation, sondern auch, dass die Geschichte, die gelehrt wird, auch noch angepasst wird von Generation zu Generation. Und wenn man sich nicht selbst darum bemüht, eben diese wirkliche Geschichte zu erfahren, dann ist man unvorbereitet für die Zukunft. Und Tapasorsi sagt hier ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, es kommt vielleicht der Tag, an dem lediglich noch Amateure es sein werden, die Geschichte als Selbsthilfe studieren. Ja, was ist denn das, was ich hier mache? Ich bin noch kein Professioneller. Ich bin ein Amateur und viele von denen, die meinen Videos folgen, die meinen Lesungen folgen und anderen Lesungen in dieser Richtung folgen, sind auch nur Amateure. Aber wie kann man da zum Professionellen werden? Ja, die Antwort ist ja wohl leicht. Durch das Studium der Bibel. Die kann einen zum Professionellen Historiker machen. Denn da steht alles geschrieben, wie es passiert ist. Und dann muss ich mir nur die wahre Geschichte raussuchen, um zu sehen, wie in der Vergangenheit die biblischen Prophezien alle mal bis jetzt erfüllt wurden. Jede Prophezeiung der Bibel, die in der Geschichte von uns in 20.016 betrachtet liegt, ist erfüllt worden. Und zwar zu 100%. Und das kann ich aufgrund der Bibel nachforschen. Und das kann ich aufgrund von wirklicher Geschichtsstudie nachforschen. Und dazu brauche ich eben Bücher, die nicht im sogenannten Mainstream gelehrt werden. Wie zum Beispiel Rulers of Evil, Herrscher des Bösen von Tapa Sorsi. Wie zum Beispiel Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Wie zum Beispiel Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Wie zum Beispiel Romanism and the Reformation von Henry Gretten Guinness. Wie zum Beispiel Rome and Civil Liberty von James Aitken Wiley. Wie zum Beispiel History of Protestantism von Meryl Dobinie. Soll ich noch weiterfahren? Ich glaube, ihr habt es verstanden, oder? Wenn wir uns mit diesen Dingen nicht beschäftigen, dann werden wir die Gegenwart nicht verstehen, weil wir die Vergangenheit nicht verstehen. Und dann werden wir nicht sehen, wie sich Geschichte wiederholt und im Grunde alles nur immer dasselbe ist, weil es gibt nichts Neues unter der Sonne, wie bereits in der Bibel so wunderbar geschrieben steht. Im Buch fährt der Autor fort. Amerikas Verständnis wurde systematisch nach dem Willen des kirchlichen Militanten verbogen, also Regimini militantes ecclesial, wie im dritten Teil meiner Lesung Herrscher des Bösen zu lesen war. Amerikas Verständnis wurde systematisch nach dem Willen des kirchlichen Militanten verbogen, während die intellektuellen Mitteln abgetrennt worden sind, die diese Gefangennahme erkennen lassen würden. Die meisten Inhalte der modernen Medien, sei es Fernsehen, Radio, Printmedien, Film, Bühne oder Internet, sind der neueste Stand des jesuitischen Ratio Studiorem. Nun sind jesuitische Colleges nicht nur übernommene Einrichtungen, sie sind mit unserem gesamten sozialen Umfeld, den Filmen, dem Einkaufszentrum, der Schule, unserem Zuhause, unseren Gedanken, verschmolzen. Menschliche Erfahrung ist zu einer spirituellen Übung geworden, die spirituelle Übung des Ignatius von Loyola. Menschliche Erfahrung ist zu einer spirituellen Übung geworden, die von charismatischen, spirituellen Regisseuren organisiert wird. Die wissen, wie man die Emotionen einer Demokratie manipuliert. Logik, Perspektive, nationales Gedächtnis und Selbstdisziplin sind in einem Ausmaß beseitigt, dass laut dem Ökonomen Thomas Sowell Zitat ungezügelte emotionale Antworten alles sind, was uns bleibt. Zitat Ende. Ungezügelte emotionale Antworten. Das ist doch genau das, mit dem man als Christ, als Bibeltreuer Folger des Gottes Abraham, Isaac und Jakob konfrontiert wird, wenn man Menschen anspricht, die da eben keine Kenntnis von haben. Ungezügelte emotionale Antworten. Das ist genau das, was man als Antwort kriegt, wenn man vielen Menschen probiert, die Wahrheit näher zu bringen. Sie blocken ab und sie geben emotionale Antworten. Das, was aus ihrem Herzen kommt. Und was steht in der Bibel? Nicht das, was in einen Menschen hineingeht, beschmutzt ihn, sondern das, was aus seinem Herzen kommt. Aus seinem Herzen, wenn er sein Herz und seinen Verstand nicht basiert auf der Studie des Wortes Gottes. Das Fernsehen ist das beste Beispiel für das moderne Ratio Studiorum und Anton LaVey, der Gründer der Kirche Satans, wie ich ja bereits am Anfang schon mal kurz erwähnt hatte, sagt es unumwunden in seinem Buch The Devil's Notebook, das heißt Des Teufels Notizbuch. Zitat Das Fernsehen ist die große Mainstream Infiltration für die neue satanische Religion. Das Fernsehgerät oder der satanische Familienaltar ist seit den frühen 50er Jahren aufwendiger geworden, von den kleinen unscharfen schwarz-weiß Bildschirmen zu großen Unterhaltungszentren die ganze Wände abdecken, mit mehreren Fernsehmonitoren. Was als eine unschuldige Erholung vom Alltagsleben begann, hat sich für Millionen oder sogar Milliarden von Menschen in einen Ersatz für das wirkliche Leben entwickelt, eine große Massenreligion. Der Fernseher ist der neue satanische Familienaltar und wird zu einer Religion erhoben. Ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe es da gehört, das ist wahr, das ist meine neue Religion. Das sagt Anton LaVey. Und ihr seht, wie solche Leute eben auch die Wahrheit mal rausbringen. Ich wiederhole das Zitat noch einmal, dass ihr es gut einwirken lassen könnt. Das Fernsehen ist die große Mainstream Infiltration für die neue satanische Religion. Das TV-Gerät oder der satanische Familienaltar ist seit den frühen 50er Jahren aufwendiger geworden, von den kleinen unscharfen Schwarz-Weiß-Bildschirmen zu großen Unterhaltungszentren, die ganze Wände abdecken mit mehreren Fernsehmonitoren. Was als eine unschuldige Erholung vom Alltagsleben begann, hat sich für Millionen oder sogar Milliarden von Menschen in einen Ersatz für das wirkliche Leben entwickelt. Eine große Massenreligion. Zitat Ende. Ja, von was für einem wirklichen Leben spricht er denn hier? Von dem, was wir als wirkliches Leben gar nicht mehr erkennen. Das Leben, das uns von Jesus Christus und unserem Herrn gegeben ist, das wir studieren sollten in seinem Wort Tag ein, Tag aus und indem wir unsere Kinder unterrichten sollten, weil sonst die Schulen zu weit geöffneten Pforten der Hölle werden. Hiermit komme ich zum Ende von Kapitel 9 von Rulers of Evil Herrscher des Bösen und wir werden in Kapitel 10 das Betitel ist Definitionen weitermachen nächstes Mal. Aber dieses zweitgeteilte neunte Kapitel mit dem sehr wichtigen Einschub von Miranda Prorsus und Inter Mirifica war mir zu wichtig, um da mal eben drüber hinweg gehen zu können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was davon gelernt und dass ihr auch eure eigene Nachforschung darin anstellt. Es ist ja nicht, weil ich das sage, dass es wahres. Aber ich probiere euch hier die Brunnen davon zu geben, dass ihr selbst nachforschen könnt und dass ihr hoffentlich im Laufe der Zeit verstehen werdet, dass die ganzen modernen Kommunikationsmittel Rundfunk, Fernsehen, Filme, also Lichtspieltheater, Kinos, das Internet, die ganzen Medien und alternativen Medien von der römisch-katholischen Kirche beherrscht werden, dass sie ihr Eigentum sind, weil die römisch-katholische Kirche das als ihr Geburtsrecht, als ihr Urheberrecht ansieht, um all diese Kommunikationsmittel zu benutzen und sie zu besitzen. Der wichtigste Satz aus Inter Mirifica. Also, das war Herrscher des Bösen, Video Nummer 5, Ende Kapitel 9, bis zum nächsten Mal. Tut eure eigenen Studien, Gott beschütze und behüte euch auf all seinen Wegen, auf all euren Wegen und führe euch auf dem schmalen Pfad, weil der führt zur Erlösung, der schmale Pfad führt zu Jesus, unserem Erlöser. Ich bin das Leben, das Licht und die Wahrheit und es gibt keinen anderen Weg zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Und diesen schmalen Pfad müssen wir finden und da müssen wir ihn bewandeln und sehen, dass wir da nicht von abfallen. Gott segne und beschütze euch. Jogler 66 meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.